Heute machen wir ein Video über den Anime Naruto. Es geht um den Charakter Naruto. Das heißt, es wird viel Naruto aus Naruto vorkommen. Naruto, 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 Naruto. Los geht's. Yo Bros, Miliodas wieder am Start. Bei diesem Intro ist sogar die Verwirrung verwirrt gewesen. Eigentlich wollte ich euch einfach nur kurz alle Modi von Naruto erklären, aber dann dachte ich mir, wieso nicht direkt ein Power-Level-Video dazu? Deshalb heute das Power-Level-Video zu Naruto aus Naruto. Wenn euch Naruto-Videos gefallen haben, dann geht den Daumen nach oben Button. Habt ihr Bock auf einen Top 15 stärkste Boruto-Charaktere Power-Level, dann schreibt es in die Kommentare. Beginnen wir mit dem Base-Naruto. Alter, wie oft kommt einfach das Wort Naruto vor? Kann das bitte jemand zählen? In diesem Standard-Modus ist er natürlich am schwächsten. Er nutzt hier nämlich nur sein eigenes Chakra und noch nicht das von Kurama. Kein Eremit-Modus, kein KCM, einfach nichts am Start. Aber dazu kommen wir jetzt. Kommen wir direkt zum Eremit-Modus von Naruto. Diesen Modus erkennt man ganz easy an den horizontal verlaufenden Frosch-Pupillen. Dazu kommt dann noch die Schattierung um die Augen. In diesem Modus kann Naruto Natur-Chakra spüren und für sich nutzen. So konnte auch Pain einen unsichtbaren Schlag verpassen, indem er Natur-Chakra aus der Umgebung für sich nutzte. Dieser Modus ist extrem wertvoll, da er die schnellste Reaktionszeit zulässt. Weil man in diesem Modus Gefahren in seiner Umgebung spüren kann. Damit kann man sich auf den zum Beispiel ankommenden Angriff vorbereiten und ausweichen. So wechselte Naruto im Kampf gegen den dritten Reikage vom KCM in den Eremit-Modus, weil dieser einfach schneller ist. Also schneller in der Reaktionszeit. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. Wenn die Frage wäre, wer ist schneller von Deutschland nach Albanien, dann würde KCM-Naruto das Rennen machen. Weil es hier um die Fortbewegungsgeschwindigkeit geht. Ist die Frage aber, wer kann besser den Schlägen eines doppelköpfigen Adlers ausweichen, also in einem Nahkampf, dann natürlich der Eremiten-Modus von Naruto. Weiter geht's mit dem sechsschwänzigen Naruto. Also im Kampf gegen Pain konnten wir alle sehen, dass ein Naruto mit Eremit-Modus ab und zu seine Probleme hatte. Sobald er aber mit sechs Schweifen ausgestattet war, prügelte er die Scheiße aus Pain raus. Pain musste daraufhin ziemlich defensiv werden. Der sechsschwänzige Naruto war halt so stark, dass der Pain diese Art von Gesichter entlocken konnte. Was muss ich bitte noch dazu sagen? Aber eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen. Was die Raw Power angeht, ist der sechsschwänzige Modus natürlich viel stärker. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Naruto immer nur einige Minuten in dem Eremit-Modus verweilen konnte. Deshalb wirkte er oft schwächer, als er in Wahrheit war. Später, wo Naruto Natur-Chakra nebenbei sammeln konnte und es deshalb so gut wie nie leer ging, ist das eine ganz andere Sache. Deshalb werde ich einen grauen Balken hinter diesem Naruto machen, der verdeutlicht, wie stark Full Power Eremit-Modus ist, wenn man es länger und besser kontrollieren kann. Denn ein perfekt kontrollierter Eremit-Modus mit längerer Dauer hätte Pain schneller zerstören können. Kommen wir zum KCM, also Kyuubi-Chakra-Mode Naruto. Wer genau verstehen will, woran man den erkennt, der schaut sich einfach mal mein KCM 1 und KCM 2 Video an. Das werde ich einfach mal ganz am Ende des Videos verlinken. Könnt ihr euch ja nach diesem Video hier geben. In diesem Modus kann Naruto auf einen Großteil von Kuramas Chakra-Reserven zurückgreifen und attacken ohne Ende Spam. Das Chakra dafür hat er ja jetzt. Außerdem ist er extrem schnell in diesem Modus. Im vierten Großen Ninja-Krieg stellt er es öfter unter Beweis. Er weicht auch ziemlich entspannt dem schnellsten Modus von A aus, der als einer der schnellsten Charaktere bekannt ist. In diesem Modus strotzt Naruto nur so vor Lebensenergie und kann zudem negative Emotionen und Gefühle wahrnehmen. So konnte er auch Kisame in Samehada aufspüren, als er sich dort versteckt hielt. Auch seine Raw Power steigt in diesem Modus stark an. Er kann sein Chakra um ein Vielfaches besser kontrollieren und somit sogar Mini-Rasenschuriken entstehen lassen. Das geschieht, indem er zwei kleine Chakra-Arme dafür nutzt. Und das ist natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil, die Chakra-Arme. Denn damit kann er vermehrt aus der Ferne attackieren, seine Feinde festhalten oder wie es einmal demonstriert hat, ein großes Rasengan entstehen lassen und seine Gegner mit den Armen dort reinhauen. Schlussendlich konnte er in diesem Modus auch Mini-Bijudama abfeuern, die er zwar nicht gänzlich meistern konnte, dennoch ein beachtlicher Angriff zu dieser Zeit damals. Alles in allem kann Naruto in diesem Modus einfach viel länger kämpfen durch das ganze Chakra. Er konnte im Shinobi-Krieg überall seine Klonen mitkämpfen lassen und auch extrem viel einstecken. Doch wenn Naruto und Kurama endlich mal zusammen kämpfen, dann kommt der sogenannte Bijou-Mode oder auch KCM2 dabei heraus. Naruto bekommt hier seine Fuchspupillen durch Kurama und allgemein sein Look sieht hier ein wenig anders aus. Wie gesagt, am Ende des Videos ist das Video verlinkt, wo ich genau auf die Unterschiede eingehe. In diesem Modus kann Naruto endlich mal die perfekten Bijou-Damas abfeuern und das nahezu so oft er will. Er kann auch Kuramas Körperteile überall über sein Chakra entstehen lassen, was ihm vielseitige Strategiemöglichkeiten eröffnet. Wenn er komplett raushauen will, kann er auch komplett in den Kurama-Bijou-Mode switchen und somit hätten wir dann einen Full-Body-Kurama, der schon allein durch seine Größe viel Zerstörungskraft mit sich bringt. Naruto kann im KCM2 auch easy sein Chakra mit hunderten von Leuten teilen, die damit auch eine Chakra-Umhüllung erhalten und somit um ein Vielfaches stärker werden. Kakashi, so sagte selbst, konnte mithilfe von Naruto's Chakra diesmal dreimal stärkere Kamui-Angriffe starten als zuvor und das diesmal auch sogar öfter. Naruto ist hier definitiv sehr viel stärker als im KCM1-Modus. Doch auch diesen Modus kann Naruto nochmal verstärken und zwar im Bijou-Sage-Mode. Hier ballert Naruto auf dem Bijou-Mode nochmal den Eremit-Modus drauf. Somit entstehen dann auch die Fuchspupillen-Froschpupillen-Kombinationen in seinen Augen. Hier kann er jetzt auch auf Natur-Chakra zurückgreifen, was seine Power nochmal um einiges stärker macht. Über den Bijou-Kurama-Mode haben wir eben auch gesprochen, hier verwandelt er sich einfach in eine Chakra-Form von Kurama, was ihn nun mal einiges stärker macht. Es ist halt die alternative Form von Bijou-Mode Naruto, mit der er noch mehr Zerstörungskraft freisetzt. In diesem Modus kann er zum Beispiel ganz easy die anderen Bijou weghauen, ohne überhaupt ins Schwitzen zu kommen. Das alles wird getoppt im Rekudo-Modus. Hier hat er die Power vom Weisen der 6-Fade erhalten. Diesen Modus kann man auch 6-Fade-Eremit-Modus nennen. In diesem Modus hat Naruto ebenfalls die Frosch-Fuchspupillen, jedoch ist diesmal der Unterschied, dass die Schattierungen um die Augen wegfallen. Daran erkennt man also easy, in welchem Modus sich Naruto befindet. By the way, viele checken nicht, dass das hier Naruto im 6-Path-Mode, also Rekudo-Modus ist. Der hier aber ist Naruto im Sage of 6-Path-Mode in Kombination mit dem Bijou-Mode, also Kurama-Chakra, also dem KCM-2-Mode. Dazu kommen wir aber noch gleich. In diesem Modus jetzt zeigt er Naruto die Power, um die Gududamas wegzutreten. Er kann die Teile einfach mal berühren, die normalerweise alles und jeden auslöschen. Dann zeigt er unfassbare Heilungsfähigkeiten, indem er das Auge von Kakashi heilte und sogar Guy vor seinen sicheren Tod bewahrte. Normalerweise wisst ihr ja, nach der Aktivierung der 8 Tore ist Game Over. Bisschen dumm, dass er Gys Fuß nicht heilen konnte, aber naja, wer denkt schon an diesem Moment an Füße. Okay, da würden mir vielleicht einige einfallen, aber das hat jetzt nichts mit Animes zu tun. Naruto kann in diesem Modus Natur-Chakra auf einem ganz anderen Level nutzen. Es ist um ein Vielfaches stärker als der Eremit-Modus der Frösche. Nachdem Naruto die Power von Hagoromo erhalten hat, war er irgendwie komplett high. Denn er redete die ganze Zeit davon, dass für ihn nichts mehr unmöglich sei. War aber irgendwie wirklich so. Denn er hat nun die Essenz und den Kern von Chakra verstanden und konnte einfach ganz natürlich damit umgehen und für sich einsetzen. Er befand sich hier zum ersten Mal in einer komplett anderen Sphäre und war sozusagen mit dem Universum verbunden. Denn auch seine Sensorfähigkeiten stiegen unfassbar an. So krass, dass er sogar die Limbo-Klone von Madara spüren konnte, die in einer ganz anderen Dimension stattfinden. Normalerweise dürfte nämlich nichts und niemand diese Klone sehen können. Doch wenn Naruto diesen Modus mit dem Bijou-Modus kombiniert, dann wird's richtig hart. Er erinnert euch noch, als Madara einfach mal sein Chibaku-Tänze dafür nutzte, um so ein paar Steinkügelchen vom Himmel fallen zu lassen. Waren glaube ich ganze 29 Stück. Naja, Madara nennt die Dinger lustigerweise Regentropfen. Bro, wenn das Regentropfen sind, dann hoffe ich wirklich, dass Regentänzer langsam arbeitslos werden. Denn einer der größten dieser Regentropfen ist einfach mal so circa 1350 Kilometer lang. Naja, aber keine Angst, Naruto war ja noch da. Er konnte einfach easy mit diesem Modus, je nachdem ob man Manga oder Anime betrachtet, 6-7 Bijudama Rasenshuriken abfeuern. Das ist einfach mal eine Bijudama kombiniert mit dem Rasenshuriken. Schon allein diese Kombo hinzukriegen ist schwer genug. Doch er macht nur mit einer Hand, so by the way, 6-7 Stück. Braucht keine Klone oder sonst was und feuert die dann in Richtung der Meteoro von Madara. Außerdem darf man die Gududamas nicht vergessen, die er damals noch hatte. Damit hat er also damals on top eine beachtliche Verteidigung und Angriff gratis dazu erhalten. Denn hätte er die Gududamas noch, könnte er sich locker schützen, so wie es Madara damals vor Geistangriffen getan hat. Also heißt das, Ninjutsu oder Taijutsu-Angriffe wären bei ihm fast komplett nutzlos gewesen. Zudem wäre nahezu jeder Ninja bei einer Berührung damit pulverisiert worden. Gegen Ishiki hätte das wahrscheinlich nichts gebracht, weil er selbst auf God-Modus ist, aber gegen alle anderen normalen Shinobi könnte ein Gududama ein Insta-Win sein. Damit ist dieser Modus einer der stärksten. Weiter geht's mit dem Ashura-Kurama-Mod. Das ist sozusagen die Fusion von 3-Kurama-Mod-Narutus. Diese Form hat 3 Gesichter und 6 Arme. Wir haben ja gesehen, was Sasuke im Indra-Modus mit normalen Full-Body-Kurama-Narutus gemacht hat. Er hat sie so nebenbei kaputt gehauen und auch wenn die mal zugeschlagen haben, haben die sich nur selber verletzt. Alles ändert sich aber in diesem Modus. Hier haut Naruto einfach mal seine mächtigste Attacke raus, die von mir, Fick-die-Hennera-Singan, getauft wurde. Weil einfach kein offizieller Begriff für diesen Angriff existierte. Damit konnte Naruto Indras Fall stoppen, der aus dem Chakra aller neuen Bijus kreiert wurde. Ich denke, viel mehr muss ich hier nicht sagen. Kommen wir zur Boruto-Timeline. Hier ist Naruto in der Base natürlich stärker als damals in der Base, würde aber safe schon vom Eremiten-Modus Naruto von damals gekleppt werden. Danach nutzt er eigentlich nur noch den Sage of Six Path Mode inklusive Biju-Modus. Und ja, Naruto hat immer noch im Boruto den Rikudu-Modus. Das erkennt man ganz easy an den Frosch-Fuchspupillen, aber ohne Schattierung an den Augen. Das heißt, er hat wirklich dünne Augenränder. Daran erkennt man eigentlich immer den Sage of Six Path, beziehungsweise Rikudu-Modus. Dieser ist hier natürlich safe viel, viel stärker als der von damals. Einfach weil die Erfahrung dazu kommt und außerdem hat er nach dem Kampf gegen Sasuke den kompletten Kurama in sich aufgenommen. Und nicht wie damals nur die Hälfte. Wenn eine Hälfte schon damals so viel gegen die Vijus und allgemein im Krieg und so weiter ausrichten konnte, was denkt ihr wohl, kann ein Naruto mit dem kompletten Kurama tun? Nicht umsonst hallen jedes Mal die Otsutsukis herum, dass das viel zu lange dauern würde, um Narutos Chakra aufzusorgen. Deshalb entschließt sich zum Beispiel auch Ishiki lieber dazu, Naruto zu versiegeln, denn töten wäre zu aufwendig. Obwohl Kurama Naruto warnt, dass er den Ball flach halten soll, weil wenn Ishiki damals wirklich gewollt hätte, hätte er Naruto locker erledigen können. Okay, man muss auch festhalten, Naruto hat die Gududamas verloren, was ihnen in so manch einer Situation ziemlich hilfreich hätte sein können. Dafür hat er aber allgemein, wie gesagt, durch Kurama viel mehr Chakra und Power dazugewonnen. Naruto ist auch allgemein gesehen viel stärker in diesem Modus, als er damals war, wirkt jedoch viel, viel schwächer, weil die meisten seiner Gegner einfach den perfekten Konter gegen ihn haben. Schon allein das Karma-Siegel, was Ninjutsu aufsorgen kann, ist gegen Naruto, der ziemlich Ninjutsu-Based ist, einfach OP. Ein weiteres Problem ist, dass er locker komplett austicken könnte, und auch nun als Sokage viel mehr auf seine Mitmenschen achtet. Das sagt zum Beispiel auch Sasuke damals im Kampf gegen Momoshiki. Damit ist Naruto stärker, als er jemals war und auch hier kann er natürlich in den Full-Body-Kurama-Modus gehen, aber auch in dieser Form kommt er nicht an den Ashura-Kurama-Modus heran. Wenn er den Ashura-Modus 6 aktivieren würde, wäre das wahrscheinlich ziemlich OP, aber was würde das schon bringen? So gut wie nichts, weil die Gegner in Boruto sich nicht mehr durch pure Kraft besiegen lassen, da bedarf es einfach viel mehr. Mittlerweile braucht es Kraft, Schnelligkeit und dreckige Tricks und das in einem extrem hohen Maß. Das alles verkörpert die letzte Form von Naruto, der Barion-Modus. Hier ist Naruto viel, viel schneller als jemals zuvor und auch viel, viel stärker. Da muss ich eigentlich nichts Großartiges zu sagen. Guckt euch die Szenen einfach in Boruto an ihm an, was er damit Ishige anstellt. Der einzige Nachteil ist, es verbrennt auch sein eigenes Chakra und seine Lebenszeit. Genau, denn der dreckige Trick bei diesem Modus ist, dass Naruto die Lebenszeit seiner Gegner verkürzt. Der Barion-Modus funktioniert wie eine Nuklear-Fusion, was permanent in der Sonne stattfindet. Damit wird eine komplett neuartige Energie erzeugt. Ishiki und Sasuke staunten nicht schlecht, als sie diesen overpowered Modus sahen. Sasuke konnte nicht mal mit seinen Sharingan die schwarzen Chakra-Stäbe von Ishiki sehen, geschweige denn irgendwie drauf reagieren. Naruto kann diese nun easy kontern und sogar Ishiki verletzen. Naruto war niemals zuvor so stark wie in diesem Modus, nur hatte halt einige Nachteile. Der wohl schlimmste Nachteil ist wahrscheinlich, dass Kurama stirbt. So ist das, Freunde. Aber keine Sorge, Bijus sind ja an sich unsterblich, solange sie nicht als Chakra-Frucht absorbiert werden. Kurama wird also irgendwann mal wiederkommen. Habt ihr eigentlich Naruto im Barion-Modus im Anime gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Abonniert den Kanal und lasst gerne ein Like da und schreibt mir mal, welche deutschen YouTuber ich im kommenden Power-Level betrachten soll. Aktiviert die Glocke, um das Video nicht zu verpassen. Ich bin raus, ich melde mich. Ach ja, Naruto, 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 Naruto. Und wer hat's gezählt? Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.